Ich denke ja, es gibt so viele Fans, die diese Poodies irgendwie auch vermissen. Dafür muss man ein Wort verlieren. Ja, und ich kann hier nochmal ganz offiziell sagen, es war die schönste Zeit in meinem Leben. Und ich bedauere natürlich, dass es zum Schluss ein bisschen kompliziert war, aber die Zeit ist jetzt vorbei und ich gehe jetzt einer neuen Zeit entgegen.